Ich sollte auch mal mein Mikro wieder anstellen im Stream. Ja, das sollst du machen. Das ist von Vorteil. Manchmal könnte dies auch von Vorteil sein. So, haben wir denn da noch ein paar versenkte Ziegel? Dann können wir nämlich versenkte Ziegelsteine machen. 32 Stück. Ah, ich weiß wirklich nicht. Hallo? Gut, komm. Den Spinat machen wir mal als erstes. Den Spinat haben wir jetzt auch hier. Ja, da hole ich nicht drauf. So, ich mache jetzt mal die Decke weiter. Mach das. Da brauch ich aber die Giselle. Die Giselle muss mich schüsseln. Die Giselle muss mich verschießen. Öh. Ist das so rum oder andersrum? Ich wollte jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, das ist falsch. Machen wir mal weiter. Weiter. Das Problem ist, ich brauche Kacke. Ich brauche aber Kacke. Habe ich auch was falsch gemacht hier? Ich habe jetzt keine Angst da rein gekriegt. Das Problem ist, ich brauche Kacke. Eine Schaufel muss ich mal hier hin holen. Eine Schaufel? Ja, ich habe doch die Erde hier. Zwischendurch muss ich hier hin holen. Oh, das war ein bisschen doof. Das kann ich nicht schütteln. Irgendwas stimmt hier nicht. In irgendeinem bestimmten Radius? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da fährt jetzt der Stein. Dann zeige ich die Schmetzeln jetzt nichts an. Dann hast du irgendwo... Gibt es eine extra Vorgabe für irgendwas? Irgendwas falsch. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Vielleicht nicht richtig zu? Irgendwo? Ich wüsst nicht wo. Ich wüsst jetzt mich nicht wo... Ich glaub, ich muss irgendwo nachher Sand besorgen. Ich muss nachher irgendwo ne Wüste finden oder sowas, ey, ich brauch Sand, ey. Ja, Sand und Kakteen. Jo, super toll. Wär nicht schlecht. Die Blücher ein bisschen stopfen. Ich brauch dringend Sand. Und... Die Blücher werden auch mal nicht schlecht. Ich brauch dringend Sand. Mit irgendeiner Farbe. Ich muss mal nach vorne zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich hab hier 8x8. Ich hab keinen Sand mehr jetzt in Ordnung. So, jetzt muss das alles ungefähr ein. Hallo. Hallo. So, Lenzi. Achso. Das meinst du mich? Nein, das meinst du nicht. Ich wollt grad sagen, ich hab doch alles sacht, ey. Das seh ich jeden Tag. Da sag ich doch kein Hallo mehr. Danke. Das wäre doof. Danke. Danke für die Bleiben. So. 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 Mh. 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 Was denn? Alter. Ich hab mich hier fast zugebaut deswegen. So. Mh. Ich muss gleich irgendwo Sand suchen gehen, ey. Das gibt's ja nicht. Ich hab das mal weg. Oh, oh. Ich weiß echt nicht mehr, was ich jetzt falsch gemacht hab. Ich hab das hier. Ich hab auch viel machen sollen. Oh, nein. Wie das hier, das Gebaueste. Ich muss gleich, glaub ich, auf Erkundungstour gehen. Ohne Sand. Echt? Ist das ein bisschen, äh. Ja, wir haben aber noch keine Wüste gefunden. nein wir hatten keine wüste gefunden wir haben ja schon geguckt wüsten mäßig haben wir nichts hier findet einschlag hemmels schnee kind village wir waren hier unten aber wir gehen das nächste mal wieder auf die silbermühle da müsste man vielleicht der einschlag ach so da habe ich gar kein schild mehr dafür jetzt wird es auch noch dunkel oder was aber dann wenn man es nicht gebrauchen kann was denn jetzt kann ich nicht gebraucht worden mann was sand können schon mal langsam sein bett suchen äh sofort echt ein bisschen schlecht weil ich gerade die dicke abbewerben bin wow warte ja ich hatte jetzt gerade einen follower breitschi ach so hast du dich erschreckt voll erschrocken hallo breitschi voll erschrocken ja ehrlich nein quatsch alles gut gehst du gestern an einem skin kannst du ihn bewerten kann ich gerne mal machen ein minecraft liegst du jetzt ein minecraft skin ein minecraft skin ob ich den dann bewerten könnte kann ich gerne wenn der gut ist warum nicht liegst du jetzt äh nein ich hab hier gerade eisen alter ich liege die ganze zeit schon ich kann nicht mal machen hier ich kann allein auf reisen so ja mach doch äh wie kannst du mir den link senden äh ja am besten ähm ich hab den discord senden äh gerade gar nicht drin den discord link am besten bei discord einfach anflüstern ja oder anflüstern anflüstern im twitch geht's noch? geht da noch? weiß ich nicht ob das geht äh wie kann man mir sonst einen link senden? ja sonst eigentlich über discord ich liege jetzt übrigens ach so jetzt nicht die wisse jetzt liege ich die kannst du dann kurz was in den shit schreiben damit ich flüstern kann äh ja kann ich sofort machen ja jetzt hab ich gelegen ich hab geliegt oder was auch immer ähm aber dafür muss ich mal eben ich überdenke ich ja das nochmal da da wenn ich mal eben raustappen kann hallo kleiner creepermann was für ein creepermann der hier ist bei mir weil jemand wieder so lange nicht äh äh so schnell nicht gelegen hat weißt du? ja ja sorry nein ich war nicht so schnell ich bin nicht so schnell nicht wirklich immer ich habe mich Sand herkriegen Sand ja in aus der wüste ja auch aber hier ist keine Wüste du was weiß ich wo du schon wieder bist noch zuhause ich mich grad echt voll erschreckt du hast mir gefühlt ja das guck ich dann muss ja dann bei Twitch selber gucken ja ja ich weiß oh hier sind viele Paranysse viele Paranysse was ist das bei Twitch dann gleich gucken ich hab ein bisschen Erde dabei da kann ich ja gerne zuklatschen bist du denn du dass du Piranys schon wieder hast was denn du ich bin Sand am Sammeln für Piranys ist eigentlich schön sie sind keine Freunde von mir schau mal ja ich auch nicht du wolltest ja noch nie mit mir befreundet sein ey nö ist ja langweilig mit dir befreundet zu sein ja warte ich gucke mal eben jetzt mal da komm mal eben selber bei Twitch ja ich muss mal ein bisschen gucken wenn ich auch nicht das Feinschill weg mache dann sauge ich mich ab hier gleich dann ist das so schön da bei bei wo das ist was denn ist jetzt er ist ich Ich spreche ja. Was denn? Was suchst du denn? Ich suche jetzt das Angeflüster. Ich bin jetzt gerade mal eben bei Twitch. Hast du den jetzt gefunden? Äh. 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 Du musst. Normalerweise hast du eigentlich dann was offen an der Seite. Jetzt musst du was haben. Vor einer Seite. Jetzt muss ein paar Minuten warten. Dann kann ich gleich in eine Pause mal gucken. Tyy. Ja, das führ ich gleich ganz runter. Kann ich nicht, wenn du nie mal weiß, wo er ist. Oh. Ja, ich lerne noch bei Twitch, das weißt du. Ah, ok. Gefunden? Ja, hab ich hier finde. Ich sehe es halt nicht direkt. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ja, ich hab schon über ihn. Ich guck's mal eben. Ich bin jetzt mal so gut und guck's direkt an. Ho! Ich habe gesehen, dass du mir das flüstert hast und ich gucke gerade. Fällt überhaupt nicht auf hier. Schöne Gegend, die ganze Sacken hier weggebatzelt, ey. Fällt überhaupt nicht auf. Neu. Oh Gott, Julia. Dir fällt sowieso nichts auf. Mir? Nö, ehrlich. U uh 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 du uh 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 uh. ich höre euch jetzt gar nicht ob die fehler jetzt endlich geschafft hat mit dem link ja das zeichnet mir leider immer nur error an und was kommt da nicht bei dem link euro euro 500 server 500 kann alles sein genau deswegen ja so hoch kann und 500 kann alles sein kann auch von überlastet bis zu falsch konfiguration das weiß ich auch ja nicht ganz so blöd nach so wird bestimmt gerade gefixt bist du eigentlich in der küche nein du sitzt in ihrem kleinen brüchen ich bin in einem büro ja ja was heißt büro ja es ist mehr das schlafzimmer und das büro ich gerade sagt man schlafen so schlafbüro es ist ein schlafbüro schlägt gerade der fuß eines echt eklig frauen gehören in die küche er sagt das das man das heutzutage noch sagen oder und können genauso gut spielen und grafik machen dann gehe ich auf ja keine ahnung ja ich sag mal so um zu null uhr hin weil genau ich muss morgen arbeiten und keiner möchte mal ein geschnarchen im streamer keiner ich hab kein ton mehr das gibt's doch nicht hab ich wenigstens noch kies auf der tisch ist denn hier ist ja noch ton da ist denn hier noch ton da so weiter hoch voll falsch gebaut was falsch ist es angebaut willst du den link jetzt gucken nö aua nur 500 euro oder was jo weiter machst du eine jpg datei oder was also endung punkt jpg und keine ahnung ob ich jetzt nicht drauf geachtet was manche sachen haben auch nicht so die weche die was das du gehst die die der die 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 nee habe ich noch nicht warum weil ich das noch nicht gemacht habe weil du faul bist es wird schon wieder dunkel aufzu die sachen haben also ein bisschen was zack zack um die Suche du suchst was das kann lieber gut sein es kann nie gut sein ich muss mal eben was machen was machen was machen du lalala lalala du du z So, zack. Du, zack. Ich wollte die, ich wollte die versinken. Ziegel hier, Mann. Entschuldigung, musst du husten. Ich wollte niemanden ins Öhrchen husten. Ja. I'll be wrecked. Back. Mhm. Ich musste mal eben was ausführen. Was ausführen? Oh. Ja, ich musste ein paar Bannen. Oh. Mal mal los. Oder ein paar Benutzersperren. So. Erzähl ich dir gleich. Machen wir jetzt nicht hier. Ach so. Wieder irgendwelche Spackos. Oder Bots. Naja, das weniger. Komm, mach die Mh frei. Was? Ja, ja. Du musst aber wieder zurückschalten. Ja, ja. Muss ich aber erst, wenn ich, ne? Kann ich erst machen, wenn ich alles fertig habe. Ach so. Da eben kommen, oder was? Auf der Hilfe. Ach, sind das so kleine. Ja. 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 Ach ja. Die ist so dumm wie vor der Kämme. Hm? Was denn? Hä? Oh. Eieieiei. Nicht drauf einlassen. Nö, ich hab jetzt nur ein paar gebannt, weil mir das einfach zu doof war. Ja, womit.